Der Schwefelritterling. Ein Giftpilz aus der Familie der Ritterlingsverwandten. Er hat einen gelben bis hellbraunrödlichen Hut mit Schwefelgelben Lamellen. Riecht man an dem Hut, so hat er einen stechenden, widerlich unangenehmen Geruch. Durch diesen stechenden Geruch ist er unverkennbar. Der Stiel ist gelblich und zur Basis hin heller. Wenn man ihn sucht, dann findet man ihn im Mischwald vom Sommer bis in den Herbst. Auch wenn er eher selten zu finden ist, darf er nicht gegessen werden, da er dafür sorgt, dass die roten Blutkörperchen im Blut vermehrt und vorzeitig zerfallen und dadurch eine Form der Blutarmut entsteht. Somit ist er nur als Fotomotiv zu gebrauchen.